Ich habe mir hier gerade den Chateau Lavatte eingeschenkt aus der Appellation Utmedoc. Ich habe hier eine Assemblage von Cabernet Sauvignon und Melot, sehr gebietstypisch, zu 50 Prozent jeweils. Der Cabernet Sauvignon bringt die Struktur, die Kraft und auch die Lagerfähigkeit und der Melot bringt dann mehr die Frucht und die Geschmeidigkeit und die Eleganz in den Wein. Sehr gelungen, wir haben hier einen sehr eleganten und stilvollen, aber auch anspruchsvollen Bordeaux. Sie sehen hier im Glas, es ist dunkelrubinrot in der Nase, Aromen von Crème de Cassis und Kirsch und am Gaumen entwickelt sich da eine schöne Fruchtigkeit, Wirzigkeit, Tannin, eine leichte Säure, unheimlich anspruchsvoll mit einem mittleren Körper und einem mittleren Abgang. Ein Genusswein, perfekt zu Rind, Lamm, Trüffel oder auch gerne zu Hartkäse.